Ein Mann aus der Gegend ist Mittelpunkt einer seltsamen Traum-Equilie. Wie ist das, so viral zu gehen? Ich weiß es nicht. Ich bin was Besonderes, schätze ich. Die wohl interessanteste Person der Welt. So weit würde ich nicht gehen. Dann bin ich endlich cool, hm? Ich habe die wohl intensivsten Sexträume. Sie sind auch darin. Die Rechnung, bitte! Die Rechnung!